Wenn ich einen Stoff sehe, sehe ich sofort Bilder. Die Kostüme haben in jedem Film, in jeder Szene eine spezielle Bedeutung auszustrahlen. Es muss was mit der Schauspielerin zu tun haben, dass sie da reingehört, dass man es ihr glaubt und dass das Kleid sie aufwertet für diese Figur. Nils Trieb hat gesagt, das ist die halbe Rolle, es kommt nur noch mein Talent dazu. Irgendwann rief mich irgendjemand an, ich soll mal zum Fassblinder mich vorstellen. Also für mich war der sowas von ideal. Sie haben immer gesagt, wenn die kommt, wird es wieder doppelt teuer. Nee, dann wurde es richtig. Ja.